Das ist Ihr Abteil. Danke. 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 Oh, bei mir ist schon eine. Hallo. Pauli. Hallo, Franz. Was machst du denn hier? Die brauchen wohl meine Hilfe. Aha. Beim Dolmetschen. Hat mir keiner gesagt. Ja, das war eine Entscheidung in letzter Minute. Und das ist deine Koje? Dann sind wir ja Stuhlenkameraden. In alten Zeiten. In alten Zeiten. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Schön. So, darf ich mal? Moment. Ja. Bis gleich. Bis gleich.